Oh, das vierte mal Geisel. Ubisoft ist aber halt echt geil drauf. Und damit halt unterseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ja, sie haben wirklich die Häufigkeiten von Bombe und Geisel getauscht. Initiationsraum. Treppenhaus, Tresor. Hm. 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 Was ist denn da los? Na, Geisel ist los. Wieso wählst du Puls für mich aus? Schäm dich. Wenn ich komm zur rechten Zeit, muss warten, er muss nehmen, dass was übrig bleibt, ne? Er ist ja noch jede Menge Büro. Er hätte auch gleich nehmen können. Ja. Ah, stimmt. Das ist ja der blöde Raum. Der blöde, blöde Raum. Der böse. Das ist ein Bombewehr. Dann hätte ich nämlich ne Idee gehabt. Du hast ihn auch so? Ja. Ab und zu hab ich auch mal Ideen. Ich bin gesichert. Cool. Ich bin gesichert. Die Position der Geisel ist bedroht. So einfach. Der hab ich doch nicht immer als Beruf da. Besser als Dick, oder? Böses Auge eingesetzt. Es bleiben fünf Sekunden. Es bleiben fünf Sekunden. Ich bin gesichert. Ich bin gesichert. Ich bin gesichert. Die Gegner haben Hinweise zum Standort der Geisel. Auf Kontakt vorbereiten. Ich bin gesichert. Schau. Allein. Setze Wolken eins. Verheilte Willkommen, Spotkur. Toll. Jemand zu sehen. Warum nicht? Parikad. Trevimeter gedeckt. Kommt bei dir schon was. Bei wem? Hast du einen Laser-Seraphina? Nein. Ujo hat einen Laser drauf. Ich guck mal Richtung Tresor. Tür Richtung Tresor hab ich. Kamera kommt rein. Ja, hab ich. Hat mich gesehen. Scan steht direkt bevor. Ich starte den Timer. Ah, hier. Leon hab ich. Hinten ist noch jemand. Okay, von wo du gekommen bist, ist noch Sophia. Scheiße. Ach, Mann. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Ich sag doch, dass Kameras da kommen. Ich hab die doch kaputt gemacht. Als du die angesagt hast. Im Labor. Wir haben genug Wände für alle Wände. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Die soll einen Twitch haben. Schau auf. Aber gut, da wünschte ich jemanden Twitch. die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Drohne hier beim Lager. Jetzt bin ich wieder so weit unten. Geisel. Gegner Trupp. Geisel lockert. Die Anstellung sichern und Angriff absehren. So, angewinkelt der Kameradurchfahrt. Zeit für etwas Ablenkung. Setze Wolkenrein. Die haben Kali und Twitch. Da ist jemand. Und was? Scheiß drin. Weiß nicht. Meine Magneten werden uns beschütten. Ich sorge für Ablenkung. Oh, wer ist denn da drin? Deutschland uns beschütten. Ich sorge für Ablenkung. Sophia ist schon unten. Vor der großen Tür. Wie sie aufhinein da da liegt. Genau da ist Sophia. Sehr aufhinein. Kali hab ich erwischt. Sophia hab ich. Okay. Also ich könnte aufs Klo gucken. Okay, da ist jemand. Vor dir ist niemand. Serafina. Niemand vor der großen Tür. Ich hab ein Handy verloren. Die müssen irgendwann mal ein Tockepi gehabt haben. Haben sie auch. Immer noch? Ja. Okay. Wenn jemand vor der großen Tür ankommt, Serafina, sehe ich das. Fenster ist verbarrikadiert. Werfemagnet. Magnet, einsatzbereit. Dein Handy, dein Handy. Ja, hier. Großer Eingang. Serafina hat markiert. Nur noch ein Gegner übrig. Ist tot. Das ist noch jemand. Noch jemand links. Tockepi, rennt weg. Renn weg zum Klo. Wenn sie wieder ankommt, sehe ich das. Das ist links, hast du gesagt. Ja, die rennt zum Klo. Ist gerade niemand vor der großen Tür. Ja, Klo ist cool. Letzte Minute. Ich gucke jetzt Klo mit einem bösen Auge. Ne, jetzt wieder großer Eingang, Serafina. Links davon. Wird markiert, rennt wieder Klo. Rennt wieder Klo. Eigner Trupp Siegreich. Alle Gegner eliminiert. Die Klo. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Ich fahre mal nach oben. Da, wo wir vorhin uns verkauft haben. Wow, die haben Goyo. Ein paar Goyo-Schilde stehen schon seitens Tresoreingang. Mehrere haben sie. Ach, kennen wir schon. Einsatz in 5 Sekunden. Sichtkontakt mit Geisel. Ja, in den Stationsraum, wo wir vorhin verteidigt haben. Ja, ich fahre mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab den bei euch, wenn's da nur einer war Das war Mira, die ich hab Ja, und hinten im Bad Bandit Bad? Nee, hinter bei dem Schreibtisch, wo wir aufgemacht haben, da bei dem Geldhaufen, da sitzt er Lesion ist noch hier Oh, achso, das war ein Moment Scheiße Goyo im Raum bei Geisel Es bleiben noch 15 Sekunden Es bleiben noch 10 Sekunden Es bleiben noch 5 Sekunden Nur noch ein Gegner übrig Nur noch einer vom eigenen Trupp Schade, der Typ hat da nur noch wenig gehabt Hockey, oder? Serafina, bist du noch da? Bin noch da Gut, weil Hockey hat erstaunlich wenig gesagt Dann ist er, glaub ich, auch gleich aus dem Trupp raus, wa? Na, muss nix heißen Und Kaspersky Mikrofon einfach wieder aus Hat nochmal noch ein Video geguckt Wie du hast während der Angriffsrunde Video geguckt? Nein, vorher Dann geht immer Mikro und Finks aus Der aktiviert sich immer Ihr müsst die Geisel lokalisieren Ich hab Serafina die ganze Zeit gesagt, dass da Mira und Bende sind Mira hat mich dann irgendwann erwischt Ja Diesen Labor Weil ich sie auch angekündigt Wir kennen alle Oh, Grabschau haben sie Nein Ja, sorry, deine Ansage habe ich nicht gehört, Horka Ja Ich hab Schrock geht Drachentreppe Als denn, äh, keine Rückmeldung kam Ich hab dann gefragt, seid ihr noch da? Zehn Sekunden Fünf Sekunden Ich hab nichts vernommen, da war keine Stimme aus dem Hintergrund Sichtkontakt mit Geisel, Mission eingeleitet Oben ist unten, ne? Oben ist unten Nee, da ist unten Ja, da ist unten Okay, da ist unten Woll 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 Komm, ey! Dorn ist jetzt Treppe neben Haupteingang. Krapfsch, 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 geht weg, geht weg, geht weg. Okay, okay. Krapf war es oben, wo der bei Seraphine irgendwo hin ist. Okay. Scheißdreck. Hat nicht mehr geschossen. Zwei unten, Frau Frost und Spritzenmann. Ja, unten ist erstmal egal. Krapfsch, Frau war eh oben. Die beiden Brasilianer. Oh Mann, das war schon die dritte Partie Geisel, die wir auf jeden Fall verloren haben. Die erste, die habe ich gerade nicht so auf dem Schirm. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Bis. 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 Vielen Dank.